Aufwachen in einer riesigen Villa, frühstücken wie eine Königin und einsteigen in die teuersten Autos. Irgendwie muss ja dieses Luxusleben finanziert werden und genau dafür sorgt der Weltfußballer Ronaldo. Denn seine Freundin muss praktisch nie wieder arbeiten gehen, genauso wie seine Familie. Denn er verdient mehr als genug und das jedes Jahr. Wie nun bekannt wird, gibt er seiner Freundin jeden Monat Taschengeld. 100.000 Euro hat sie immer zur Verfügung. Damit kann sie machen, was sie möchte. Anscheinend läuft es ziemlich gut, denn beschweren tut sie sich nicht. Hättet ihr auch gerne so ein Leben wie sie? Und wie findet ihr das, dass sie Taschengeld bekommt und nicht arbeiten geht? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!